Schuhe sind unsauber, wenn Unreinheit dran ist. Was ist aber Unreinheit? Unreinheit ist Urin, Blut, Brut. Das ist Unreinheit. Unreinheit ist nicht, wenn beispielsweise du über den Boden gehst und da Dreck ist oder Matsch ist. Matsch ist keine Unreinheit. Erde ist keine Unreinheit. Deswegen, ja, man kann mit Schuhen beten. Der Prophet Al-Israel hat sogar gesagt, dass man mit Schuhen beten soll.